hallo und herzlich willkommen in einer weiteren folge gcb pioneer mars ja wir waren am rohstoffe sammeln also es fehlt tatsächlich ein einziges magnesium ok wir wissen ja wo wir es finden können dann fahren wir da halt noch mal hin dann wollen wir uns mal hermachen gucken was wir sehen kx 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann denke ich mal das Ganze auch noch mit Strom versorgen. Sehr schön. So, es ist nur noch die eine Mission verfügbar. Okay. 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 Vielen Dank. So wie es aussieht, haben wir ein bisschen zu wenig Strom, 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 Strom fehlt. So wie es aussieht. So wie es aussieht. So wie es aussieht. Wie es aussieht. Das macht ja auch Sinn, den mal ein wenig zu verbessern. Was? Och, nö. Also hier sind wir auf Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit für Sprinten und Laufen wird besser und physische Schilde werden um einiges besser. Hier ist es eher so, dass die Radioaktivschilde besser werden. Scanner wird um einiges besser. Ja, okay, er verbraucht dadurch mehr Strom, aber hat eine größere Reichweite. Ich denke mal gerade am Anfang ist das sinnvoller. Ja, was fehlt, das Geld. Fast wie im wahren Leben. Viel! Vielen Dank. Gucken, was wir hier brauchen. Dann holen wir doch erstmal unser Auto und rüsten den Strom aus, sonst nützt uns nämlich die ganze Raffinerie nix. Und nicht genau Strom haben. Wie kein Eisen mehr. Da sind die Karte. Nickel war glaube ich auch dabei. Und Aluminium. Cobalt, Necht, Titan, Zink. Machen wir das erstmal so. Mal gucken, was wir da brauchen. Okay, es ist zwar nicht, dass wir es nicht da hatten, aber wir haben ja noch die Windräder. Aluminium. Die Feindkupfer, Carbon Steel und da werden wir ein Problem kriegen. Die können wir wahrscheinlich nicht bauen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. da war da war woops das machen wir in der nächsten folge schön dass ihr da wart würde mich freuen wenn er beim nächsten mal wieder mit dabei seid aber daumen hoch kommentar immer gerne bis zum nächsten mal tschüss